Hey, meine Rabauken, herzlich willkommen zu Minecraft OneBlog XP-Version. Wir sind auf einem XP-Blog und müssen hier den Enderdrachen besiegen. Mit dabei ist Orson Wellitzki. Yeah, ich gebe ein Like auf dieses Video. Nice. Wir haben da einen XP-Orb, da müssen wir hin. Wir haben dort einen Verzauberungstisch, da müssen wir hin. Und es gibt auch einen XP-Enderdrachen, den müssen wir auch besiegen. Wie kommen wir voran? Ich habe das ehrlich gesagt noch selbst nicht so ganz gecheckt. Wir können auf jeden Fall springen und dann kriegen wir Level. Beziehungsweise kriegt nur Ili. Das kriege ich auch. Oha. Ah, jetzt habe ich drei Glas bekommen. Ey, ich habe sogar einen XP-Blog bekommen. Ah, wir kriegen Sachen, wir kriegen Sachen. Ich auch. Ah, wir kriegen Sachen, wenn wir drauf springen. Okay. Wir können, was ist... Das ist eine Oak-Plank-Plattform. Alter. Hey, du hast Plattform bekommen. Ja, Mann. Ich will auch Plattform. Ich habe ein XP-Erz bekommen. Und ein XP... Ah, warte mal. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Vermutung, was wir machen können. Warten Sie mal ab, Ilina. Was ist denn, wenn ich jetzt hier... Ich habe vier Blöcke jetzt plötzlich. Ja, ich habe auch zwei Blöcke. So, was ist, wenn ich jetzt diesen hier mache und jetzt genau in der Mitte springe? Kriege ich dann Quadro-XP? Klappt's? Bin mir nicht sicher, ob es klappt. Ey, ich habe einen XP-Nugget. Guck mal. Ich habe auch... Ah. Boah, ich auch. Oh mein Gott, jetzt habe ich einen Ingrid bekommen. Ingrid habe ich auch schon. So, weil ich habe auch zwei Platten. Wie hast du das mit den Platten gemacht? Einfach platzieren, wie normale Blöcke. Oh nein. Die Anweisungen waren zu ungenau. Oh nein. Oh, Ilina. Hat's erwischt. Warte, das ist aber eh gut. Wir bauen das ab, Ilina. Wir bauen ja eh Werkzeuge und so. Das war ja mein Plan auch von Anfang an. Ist doch klar wie Kloßbrühe. Jetzt habe ich schon mal eine Werkbank. Siehste? Zack. Buff. Bam. Zack. Wie viel brauche ich denn für eine Axt? Zwei für die Sticks und drei. Das heißt, fünf. Fünf wir brauchen mal. Aber warte mal, wir können noch was machen, Ilina. Wir können XP-Flaschen herstellen. Und zwar hast du ja jede Menge Glas, ne? Acht Stück. Jaja, das heißt, wir können daraus jetzt Bottles maken. Diese hier, genau. Ne, was ist denn das hier? Ne, die müssen wir machen, genau. Boom. Jetzt haben wir fünf XP-Flaschen. Ah, und jetzt kann ich das rechts klicken. Und aus diesen Flaschen kann ich jetzt XP-Ingots machen. Also Nuggets. Und aus diesen Nuggets können wir jetzt XP-Ingots machen. Jetzt haben wir vier. Ne XP-Plattform. What? Oh mein Gott. Daraus können wir ein ganzes Haus bauen. Ein XP-Haus. Warte, warte, warte. Boah, ist der sehr viel kleiner, als ich gedacht hätte. Dachte, er ist größer. Warte, wir machen eine richtig, ohne Witz, wir machen wirklich eine XP-Plattform. Lass ein XP-Haus bauen, das wäre übercool. Oh ja. So, ähm. Ne, aber ich wollte doch eigentlich was ganz anderes machen. Ich wollte mir doch eigentlich mal hier mehr Werkzeuge machen. Ne, warte mal. Wir haben fast... Warte, warte, warte. Wir machen die XP-Axt. Gibt's nicht. Oh, schade. Aber wie kommen wir an Stein? Kommen wir überhaupt irgendwie an Stein? Ich hab eine Stein-Plattform. Ah ja, ich auch. Lol. Ja, warte, aber die müssen wir ja irgendwie höher platzieren, weil ansonsten können wir es nicht abbauen, weil dann fällt alles runter. Da weiß ich nicht. Aber warte, ich hab das durchschaut, Elina. Pass mal auf. Ich mach nämlich jetzt einfach diesen Move. Ähm. Scheiße, wie mach ich denn das jetzt? Das geht schlecht, ne? Ich will eine Holz-Plattform drunter platzieren. Aber das ist alles nicht so einfach, Elina. Wie platziert man das drunter? Oh Gott. Du musst dich opfern, Elina. Schaffst du das? Hier runter. Also gib mir dein Stuff. Du musst runter springen. Und unter diesem Block muss ein Block. Okay, ich versuch's. Du hast ein Setzling? Woher? Ach so, stimmt. Hab ich ja. Aber wir haben gar keine Erde. Wir haben keine Erde. Ich hab aber Holz. Pass auf. Ich mach das schon. Schaffst das first, Elina. Du bist eine Macherin. Ja! 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 Ich hab's geschafft! Mama! Und jetzt kann ich da noch... Mama! Guck mal, jetzt hab ich eine Holz-Plattform drunter gemacht. Jetzt können wir... Spitzhacke, Flacke, ich steige aber. Das war so geplant. Ja, von Anfang an. So, jetzt haben wir eine Axt. So. Nee, verdammt. Ich brauch doch eine Spitzhacke eigentlich, ich Idiot. So, jetzt können wir eine Spitzhacke machen. Genau, das war Teil des Plans. Hier noch ein bisschen abbauen. Jetzt können wir eigentlich schon zum XP-Org da hinten uns bauen. Mal gucken, was da sich so drin versteckt. Da kriegt man außerdem auch nochmal übelst wie XP-Blöcke. Warte mal, was kann ich denn mit so einem XP-Block eigentlich mal? Kann ich das zu einem Ingot machen? Ach nee, ein Block ist Nugget. Na, ist natürlich wenig. Nee, ist jetzt nicht so das Wahre. Guck mal, Elina. Ich hab einen XP-Helm. Der sieht nice aus. Der sieht cool aus, ne? Zack. Warte mal, ich hab eine Idee. Ach nee, das geht nicht. Ah, ich dachte, du kannst einfach so eine Bahn aus XP-Blöcken machen und dann immer einfach drauf laufen. Aber das funktioniert, ne? Ich muss springen. Ja. So. Ähm. Ja, wir brauchen... Eigentlich brauchen wir gar nicht so viele Blöcke, weil wir haben sehr viele von diesen Stegen hier, von diesen Plattformen. So. Machen wir mal weiter, Elina, auf dem Block. Dann kriege ich immer weitere Plattformen hier nämlich. Hab keine mehr. Doch Stein. Wir benutzen einfach Stein jetzt. Also wertvoll ist Stein ja jetzt auch nicht. Ich hab noch zwölf Plattformen. Haben wir inzwischen ein Erdeblock? Eine Erde-Plattform oder so? Nee. Wir machen mal ein paar XP-Flaschen. Zack. Und jetzt machen wir... So. Und die craften wir jetzt in Nuggets. Und die craften wir in Ingots. Und das können wir zur Brustblade machen. Es gibt auch ein XP-Ender-Kristall, seh ich grad. Der sieht heftig aus. Aber Elina baut das XP-Haus. Weitere, ich hab fünf Blöcke noch für dich. So. Äh. Oh, ich hab... Hast du mir deine grad gedroppt? Oder hab ich wieder... Achso. Ich dachte, ich hab 15 wiederbekommen. Okay, wir haben genug Plattformen, um es zum Gebäude zu schaffen. Und ich bin mal... I crumber the Mamba. Bist du runtergefallen? Bist du runtergefallen? Mann, ich bin da durchgeglitscht. Das war überillegal. Ich schwör dir das. Mann, alles weg, ey. Es ist alles weg, Elina. Alles. Meine Rüstung. Okay, mehr hatte ich nicht. Aber die Rüstung. Und meine Werkzeuge. Warte mal, ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee, Elina. Ja. Ich hab ne Überidee. Ich hab auch ne Überidee. Ja? Ja, die gleiche Idee hatte ich auch. Noi. Ich hab sie gerade, weil ich an die Tür gedacht hab. Ja, die Idee hatte ich auch gerade. Cool. Alter, das ist auch eine Idee. Das ist Über-OP. Jucka, es ist komplett overbought. Die sind so schlau. Hier, weil das wir gleichzeitig dieselbe Idee haben. Ja. Ich grabe mir... Ich baue mich da jetzt mit Glas rüber. Ich trau diesen Plattformen nicht mehr. Die haben mich zutiefst enttäuscht. Versteh ich, Bruder. Versteh ich. Soll ich Fast Bridge, Elina? Klaro. Wenn ich bis dahinter schaffe, krieg ich da einen Tesla? Nein. Mach ich's nicht. Okay, wenn ich 10 Blöcke Fast Bridge. Boah, hab ich jetzt viele Blöcke von dir bekommen. Ben, Alter. Der Reiz ist hoch, aber ich will nicht alles verlieren, Leute. Aber sich hier wirklich wie so ein nubiger Anfänger rüberzubauen... Ist es auch nicht. Deswegen Fast Bridge ich einfach trotzdem. Okay, wir hören auch wieder auf. Es war zu riskant auch. Einmal noch. Nochmal. Okay. Und sind wir fast da. So, dann gucken wir mal, was wir in diesem netten XP... Da ist das Endportal. Oh nein, ich komm nicht mehr raus. Scheiße, ich bin gefangen, Elina. Nein, was hast du denn jetzt gemacht? Wurden muss ich? Kann ich die mit der Hand abbauen? Nee. Äh, du musst mich hier mal rauslassen aus diesem Haus hier, bitte. Ich hab 17 XP-Bottles. Und... So, jetzt kann man daraus nämlich... Ach so. Ah, warte mal. Ah, das ist auch strong. Das ist auch strong. Und das ist auch strong. So, Elina, da hast du zwei Plattformen. Das sind nochmal sechs Blöcke oder so. Ich hab noch viel mehr Bolles. Was mach ich denn damit alles? Ah, hier. Zack. Und hier. Zack. Jetzt hast du nochmal drei Plattformen. Na, danke schön. Ha, das ist schick, das Haus. Macht was her. Ähm... So. Was ist denn jetzt hier... Was ist denn der Plan? Naja, wir wollen... Ich würde eigentlich eine Spitzhacke machen, damit ich diese ganzen Blöcke da abbauen kann. Das sind sehr viele. Kann man auch eine XP-Tür machen, Ben? Probier's aus. Aber ich glaub nicht, sonst hätte, glaub ich, der XP auf, nehme ich eine XP-Tür. Ah ja, stimmt. So, ich baue jetzt das ganze Teil ab, dann haben wir unendlich viele Blöcke. Kann man das abbauen? Klar, ich hab eine Spitzhacke dazu. Ach so. Nee, kann man nicht. Das ist natürlich jetzt doof gelaufen. Bitte schön. 18. Ah, danke. Lecker. So, ähm... Dann graben wir uns mal rüber zum Verzauungstisch. Mal sehen, was sich da versteckt. Nether-Portal vielleicht? Boah, Ehre, Ben. Boah, ich hab grad einen übelsten High-Risk. Also, er war jetzt auch nicht so High-Risk, aber... Ich weiß, was du weißt. ...wahr in Bezug darauf, dass man alles verliert, wenn man stirbt. War es nicht ohne. Wisst ihr, was auch nicht ohne wäre? Wenn ihr einen kräftigen Like abgibt. Denn nur dann haben wir die Power, um den XP-Enderdrachen zu... ...ne Flasche zu stecken. 24 XP gibt der XP-Enderdrache. Das ist ein bisschen tricky. Mehr als drei. Ich hab 35 Level. Alter, man kann, glaub ich, locker XP-Weltrekord hier brechen, gefühlt. Ich glaub, 100 Level sind ja gar kein Problem. Stimmt. Was ist der XP-Weltrekord? Das ist voll die gute Frage. Der hat... Der ist aus Blöcken. Das ist cool. Die Blöcke haben wir ja nicht. Eis seh ich hier. Kalzit, Wolle, Netherrack, Beton. Wow, der ist übel schön geworden. Wenn ich mal so bauen könnte. Wobei, ich hab mich sehr verbessert. Also, wie komm ich denn jetzt hier rein mit der Wolle? Ach, das dachte ich mir. Scheiße. Aber wir brauchen einen XP-Spitzhack. Ist doch gar kein Problem. Machen wir. Gehen wir zurück. Machen wir. Leute, es gibt keine XP-Spitzhack. Es gibt nur ein XP-Schwert. Wie kommen wir denn jetzt da rein? Vielleicht frontal durch die Wolle? Frontal. Ja, was denn? Ah, ja. Ah, ist das Portal. Ach, hatte ich doch recht. So, dann gehen wir mal hier runter. So. Äh... Oh Gott, was ist das denn hier? Okay, wir haben verschiedene Verzauungstische. Eine Kiste mit Lapis. Okay, hätte man es denken können. Okay, kann ich mein Zeug verzaubern? Da verzaubern wir mal die XP-Sachen. Boah, da kriegt man Augenflimmern, wenn man hier in dem Haus steht, Alter. Ja, eigentlich brauchen wir, glaube ich... Ey, was macht der denn hier jetzt schon wieder? Wer denn? Junge, ey. Wer denn? Was zauscht der? Nur Quatsch, Alter. Das ist wie jedes Mal, wenn man was erwartet. Jetzt haben wir zwei Lamis. Hast du ihn umgebracht? Nein. Hahaha. Naja, wir haben Lama. Alter, wusstest du, dass man hier auch gedrückt halten kann? Aber das ist nicht so krass. Boah, ich weiß nicht. Wobei... Ne, es sieht nicht so krass aus, aber es ist krass. Ich weiß. Es ist irgendwie verbuggt, es ist geglitscht. Woher hat man eigentlich die Setzlinge, wenn man eh keine Erde hat? Ja, wir sind voll ausgerüstet, Leute. Wir haben Schwert, wir haben Böse, wir haben eine volle Rüstung. Das sieht doch sehr gut aus. Ja, ich habe zwei Leinen. Wow, warte mal. Hallöchen. Du kommst mal ran hier, ne? Aber ich habe nichts zum Festmachen, Janina. Kannst du mal einen Zaun craften? Einen Zaun? Ja, für unsere Haustiere. Okay, wo machen wir denn hier die Lamis hin? Komm mal aus, einfach. Ja, zack, eins und sein Kumpel, zwei. Cool. So, wir sind eigentlich ready für den Endertragen, Elina, Abfahrt. Jetzt schon? Aber das Haus ist noch gar nicht fertig. Ach so. Komm, wir müssen noch schnell umziehen. Warte kurz hier. Ja, dann machen wir das Haus noch. Das ist ja vorhin und hinten nicht fertig. Was ist denn das, Elina? Ich habe arschviele Blöcke. Ey, das ist nur oben und hinten nicht fertig. Vorhin ist das fertig. Ja, ich helfe dir. So, hier machen wir auf jeden Fall die Werkbank rein. So, und das ist auch alles, was die Prozessen haben. Was ist schon alles fertig? Warum habe ich denn jetzt hier überhaupt Blöcke gefangen? Jetzt habe ich mich auch gefragt, warum du so lange bist. Egal, ein paar Blöcke schaden, Elina. Ab zum Endertragen. Ey, du hast das Haus gar nicht mehr angeguckt und bewundert. Das ist echt schön geworden. Ohne Witz jetzt. Oh, Alter, ich bin fast runtergefallen da gerade. Das ist wie witzig. Juge Labi ist. Hallo, ihr lebt draußen. So, ist sehr schick geworden. Holz wurde nach dem ersten Raum auch eingespart. Ja. Boah, Alter, das ist so ein richtiger, weiß ich nicht, ey. Das ist echt so ein richtiger Disco-Room. Ab zum Endportal, Lamente. Bin gespannt, wie das da aussieht. Sieht das normal aus? Ah ja, das sieht mir sehr normal aus. Aber ich mache sogar eine Treppe, weil ich so nett bin. Ah, okay, da nicht. Bin da. So, wie sieht er aus? Okay, die Endkristalle sehen anders aus. Das sehe ich direkt. Ja, die sind grün. Wo sind die? Da ist er. Oh mein Gott, ich sehe ihn. Der sieht cool aus. Der sieht über cool aus. Oh. Oh mein Gott. Alter Schwede. So, die sind aus wie Slime, ne? Alter, was machst denn du hier in der Dramatik an Stress, bitte? So, Hammer. Der macht Überstress hier gerade. So. Zack. Zack. So. Hammer. Äh, gibt es noch ein Kristall oder was? Ja, da oben. Oh, du machst das mit Plattformen. Das ist krass. Guck mal. Ja, was denn? Soll mal der Änderbare versuchen, mich zu töten. Ah, hier war noch was. Moment. Ganz vorsichtig. Er landet. Juge, er macht so den Körper, ey. Habe es. Da ist aber noch einer. Ich kriege irgendwie keinen Schaden. Okay, kann man ja Spam in der Version ganz vergessen. Der sieht aber eh auch wie Slime aus, ne? Ist ein Slimer. Yes, Ben. Alle sind weg. Ich kriege irgendwie keinen Schaden, wenn ich da drinnen stehe. Keine Ahnung. Oh, Juge. Wir landen schon wieder. Was war das denn? Hast du gesehen, wie der gelandet ist? Juge, das ist ja. Das ist doch nicht normal, ey. Und. Was droppt der jetzt? XP. Darum ist er über XP droppen. Oh mein Gott. Bisschen schnell zubauen. Bis hier nichts verloren wird. Halt, geht doch viel schneller. Oh, die Lina. Oh, die Worte. Einzheim XP Ender-Dracheneimer. Kannst du auch für mich ein Plattformen, der ist übernervig. Das ist cool. Aber wir haben leider keinen klebrigen Kolben, ey. Um das jetzt hier... Keine Plattformen, Lina. Ich dachte schon. Mach nichts. Ich geh ja schon. Das sieht überall fresh aus. Das war Minecraft, aber auf einem XP-Blog. Ich hoffe sehr, euch hat die Episode gefallen. Lasst ein Like da. Und abonniert den Kanal. Da würde ich mich sehr freuen. Bis morgen. Euer Benzorn. Ciao. Ciao.